Im zweiten Halbfinalkampf, bis 69 Kilogramm in A, stehen sie gegenüber der roten Ecke Junis Zayed, mit der blauen Ecke der Ecke Junis Zayed, die in Karschhofer. Rund 3, Runde 1. Andreas Löffelner, an Al-Rawser und andehlt Tatsache, Normal ist verloren. Es muss gewuppt werden. Es muss bedürft werden. Es muss bedürft werden. Der Meinung war auch immer. Man hat mich schon bedürft. Richtig. Ich habe gesagt, jedes Leben in Geburtstag, wieso brudet der Regenwichter den Abschreiz der Wahlkrieg an? Ich habe gesagt, das ist der Fall. Wieso? Komm mal. Ich habe das auch hier, dass das nicht geht. Richtig. 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 Genau. Richtig. In der Warnung, fünf Minuten habe ich den letzten Wort. Ich habe mich schon einiges in den Kompressen gespielt. Ich habe mich schon einiges in den Kompressen gespielt. Vielen Dank. Die Verletzung, drei Runden später raus. Die Verletzung, drei Runden später raus. Die Verletzung, drei Runden später raus. Applaus 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 Ja, gut. Tja, als junger Mensch macht man vieles, das muss man, kann man mal nicht sein brauchen. Ringschwein 103 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 Bravo, bravo! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017